Das bunte Hühnerprodukt stand am Wochenende auch auf der Jakobsburg in Mordka im Mittelpunkt. Das Osterwochenende wurde in diesem Jahr zum Saisonauftakt genutzt. Begleitet wurde er natürlich vom Osterhasen, von bestem Wetter und zahlreichen Händlern, die auf dem Trödelmarkt ihre Waren feilboten. Und da es der Start in eine ereignisreiche Saison war, gab es auch gleich Freikarten bei einer Tombola zu gewinnen. Das nächste Ereignis ist das Konzert von Pink Choice, der Pink Floyd Coverband, schon am 12. April. Untertitelung des ZDF, 2020